Lieber Thomas, vielen Dank für Deinen Brief. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Du hast mich gefragt, wer mein Lieblings-Superheld ist. Superman finde ich auch cool. Aber mein Lieblingsheld ist viel, viel besser. Er ist der beste Jäger Russlands und fängt Tiere mit bloßer Hand. Früher arbeitete er sogar in Deiner Stadt. Als Geheimagent ich im Internet lesen konnte. Er ist so stark, dass sogar Leven weglaufen vor ihm. Alle Feinde von Demokratie und Freiheit hat er selbst im Knast gesperrt. Er hat schon einmal antiken Schatz gefunden, wie Indiana Jones. Leider darf ich Poster von meinem Held nicht mehr in Zimmer hängen. Mutter hat gesagt, dass es gibt jetzt neue Gesetze, das verbietet Bilder von nackten Männern in Kinderzimmer zu hängen. Deshalb habe ich Dir Poster geschickt. Viele Grüße aus Moskau. Dein Freund Boris Wir sind in der Zwischenissimo-Körgler von Die in der Zwischenzeit. Wir sind in der Zwischenzeit. Wir sind in der Zwischenzeit. Vielen Dank.